Ich sollte vielleicht nichts zudern, meinen Controller schrotten, den brauch ich echt schon nachher noch. Ey, ich frag für nen Freund, vorsichtshalber. Kann man sich einen Wii U Controller liefern lassen innerhalb von ner Stunde? So rein aus Interesse. Vielleicht sollte ich bisschen Gaffa-Tape drum machen, vorsichtshalber. Junge, das ist wirklich so richtiges, das ist richtiges Scuff-Setup, Alter. Das ist mein Controller. Let's go. Ich bin so ready. Ich hab ein Loch in die Wand gemacht.